da sind wir wieder äh ja ich würde ganz spielen und diesmal habe ich mein Textgepack hinbekommen und jetzt sieht das nämlich so aus jetzt haben wir hier ein schönes Holzdach Pascht hab ich noch mehr Holz mach ich hier noch fertig so zack zack schön gleichmäßig überall so Holzdach ich hab schon alles rauskommt gut so damit haben wir jetzt ein schönes Holz achso was wir immer noch machen auf das Häuschen obendrauf eine Fackel stellen wobei daneben steht eigentlich schon eine Fackel lass mal daneben steht eine Fackel lassen wir doch und gehen hier runter bram 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 und rutschen unsere Leiter runter jee ähm halt stopp oder ne das muss zu futtern habe ich nichts dabei ich vermute mal ich will auch nichts mehr zu futtern haben ne 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 aber Eisen nehmen wir mit ja bauen wir uns mal ach ich hab kein Holz mehr wir holen noch mal Holz ich bin echt total durch den Wind das ist der Baum sie müssen sterben sie sind todkrank sie werden für einen größeren Zweck benötigt und vor allem ab vor allem b b wenn wir schon mal dabei sind machen wir ein bisschen mehr ne verdammt ach verdammt das war Holz ich hab doch noch Holz ach man ey man 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 ja zack zack schön ja hier geh ich scheiß Baum ehrlich hier geh ich mal lang so bram 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 so jetzt basteln wir uns mal eine Eisenspitzhacke also Eisenschwer zumindest nicht aber eine Eisrüstung können wir uns bauen ha danke da wurde ich gerade irgendwie rollo sich rumgeswitcht deswegen nochmal neu okay genau noch eins übrig so Rüstung ja ganz so scheiße so achso achso falls jemand einen coolen skin hat so für meinen helden würde ich den natürlich nehmen da haben wir noch stone picker ist aber noch gut so hier geht es nicht weiter das ist hier alles viel zu ey danke viel zu zufällig ich glaube ich glaube mein Trap spinnt manchmal ein bisschen ja genau hier oben ging es weiter da ging es rein da wollten wir jetzt erkunden gehen ähm hier war ich schon mal hier war ich schon mal ich wünsche mir andere Leute laufen Angst wollte ich eigentlich schon was zu fressen holen ach man ich bin ah woher geht es denn hier hin ja ach man bin ich an der Ebene höher okay jetzt nix jetzt nix auch nix das sieht irgendwie nach Tag aus oh Eisen 1 Wahnsinn und hier also irgendwie 42 das habe ich auch schon festgestellt ich habe eine eigene Welt damit gemacht 42 erzieht bedeutet Schnee und viel Kohle und Eisen muss ja jetzt überlegen ob das jetzt so toll ist ja und wenn man mal Kohle findet ist es dann gleich massenhaft wie ihr gerade seht alles voller Kohle oder ihr seht es glaube ich nicht also hier ne von hier vorne an alles Kohle noch mehr Kohle noch mehr Kohle vielleicht würde ich den Kohle Song doch noch rein spielen auch wenn ich es nicht toll finde ich halte davon nicht so viel zu singen beim Let's Playen irgendwie da macht man sich auch lächerlich ich will doch eigentlich das Spiel zeigen und nicht okay wo bin ich hier wo ist meine Hütte okay ich finde meine Hütte nicht mehr ich sehe es schon kommen ich laufe dann irgendwo lang und verhungere oder so weil mein Hunger fängt ja gerade an sich zu beklagen äh das hier aber direkt in der Oberfläche ne und ich finde hier einen Haufen das ist unglaublich da wie gesagt lange Arme da ist noch mehr Eisen das ist irgendwie doof gesetzt mach mal lieber so boah warum ist eigentlich ich frage mich doch auch Licht machen wenn ich die in der Hand halte die sind doch auch angezündet hier Kohle ne wie gesagt wenn man mal woah wenn man mal Kohle findet stopp stopp an Schnittwunden ich lass die Kohle jetzt liegen ich hab keine Lust mehr auf Kohle ne Ente in der Höhle wie geil ist das denn ich hab ne Höhlenente die ist hier woran schon nicht reingefallen ja ich hab ne Höhlenente ganz seltene Art jetzt schütt er bergab mit der ganzen Welt gehts bergab mit allen gehts bergab ach so was ich übrigens eigentlich noch los sein wollte das hab ich schon mal bei einem bei einem von den ja kaputten ich weiß nicht nutzbaren Borderlands Videos gesagt ich find Modern Warfare 3 und Battlefield 3 sind eng zum Streit beizutragen ähm die gehören zwar beide schon irgendwie die momentane Zeit aber mir gefallen beide nicht so richtig also ich hab mir von beiden schöneres erwartet also Battlefield 3 hat die hat die schöneren Maps muss ich sagen Modern Warfare 3 Maps sind alle grässlich finde ich aber die Sporen sind bei beiden ziemlich arg daneben also das ist das ist bei beiden nicht so dass wir richtig tolle die Spawns die sind die Höhlenente folgt mich ja also da muss ich bei beiden irgendwie einen Minuspunkt anrechnen dann werden Spawns so jetzt zeigt mir nochmal ranzrate wie ein Creeper kaputt gemacht ich hab auch rosa Creeper so und jetzt so sieht das aus ranzrate so macht man Creeper kaputt ich hab ein Wallhack ha ich wusste es und habe das Creeper so ne so wenn du auch mal siehst wie das ist mein Creeper Umfeld ohne zu explodieren wow 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 hier gehts leicht bergab gehts gerade runter hallo und gerade hoch oh komm ich wieder raus bei Nacht ich will eigentlich bei Nacht nicht raus wo bin ich dieses Mal rausgekommen oh da ist ein Schwein Schweineschinken oh da bin du ganz wieder näher in meinem Haus ich bleib hier bleib hier oh gleich doppelschinken nom 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 äh ja wie macht man eigentlich Bilder wie craften man Bilder oder oder Falltüren verdammt ich wollte Falltüren nachschauen ach fuck ähm nein da ja 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 ei tut Witten planks äh eisen ja wo da ist Hunger so mal das ganze Eisen schmelzen Ja, gehen wir noch mal nach oben. Unsere Holzinsel dann in der Luft. Okay, gibt es irgendwas Besonderes, was in Vollmond ist? Nur mal so als Frage. Ich glaube, ich wollte mir noch ein neues Schwert bauen. Verdammt. Wow. Mach, fuck. Stopp. Danke. Oh, oh. Ach, nee. Da gibt es irgendwie einen Meisterbogen-Schützen jetzt bei den Skeletten, weil da ist einer mit Helm. Und ein Zombie mit offenem Gehirn. Au. Stirb in einem offenem Gehirn. Sag ich doch. Ohne Gehirn ist halt schwierig. Äh, Schafe. Ich habe keine Schere. Noch mehr Schafe. Aber es ist eigentlich immer so flach, das Land. Also ich kenne das von alten Minecraft-Varianten, wo so ewig riesige Berge rumstanden. Da hat das Korb noch gereicht. Sonst hätte ich mit der bloßen Hand ein Creeper töten müssen. Ja, das geht. Aber es ist schwierig. Ja. Freue ich nicht. Da. Ich vergesse das Rennen immer. Rutsch. Hm. Äh, hier zum Bogen. Zack, 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 zack. So. Äh, ich glaube, wenn ich jetzt schon dabei bin. Rüstung haben wir schon. Da hinten was. Da haben wir noch. Da haben wir noch ein paar Leggings. Da haben wir noch ein paar Leggings. Da.